Sicherheitshalber. Das bringt's jetzt eh nimmer. Die hacken sich eh gleich wieder hin. Fährst du jetzt mal da runter, bitte sehr? Ach, nein! Ich bleib da oben, du dummes Arschloch! Du musst ruhig machen, was du sagst, oder was, ne? Ich bist ein Elke-Dumme. Hopp, rein da jetzt. Mir egal, was. Lade ich sie zur Not wieder aus. So, ausladen. Nein, dich nicht. Na, raus, raus, raus. So, ihr seid jetzt alle eins. Fahrt jetzt mal da her. Okay. Okay, ihr seid jetzt zwei. Und werdet dem Sensation zugewiesen. In was für einem Feuermodus? Ihr seid jetzt drei und werdet auch dem zugewiesen. Sieht doch gut aus. Du kannst auch noch zu eins. Mensch. So, jetzt brauche ich alle, wo hoch befördert sind. Dann bist du dabei. Oh, naja. Das ist alles so weg. Lala. Moment. Geh weg. Trainet. Oh, nein. Moment. Ihr seid nicht dabei. Wie komme ich denn darauf, dass ich euch mitnehmen? Bin ich bescheuert? Ja, das Thema hatten wir schon. Aber ich wiederhole mich sowieso andauernd. Und erzähle sowieso andauernd das gleiche. Also von daher. So, jetzt schauen wir einfach, wie lange das dauert, bis die alle drin sind. Ja, das könnte jetzt zwei Stunden dauern. Oh, kommt. Ich will das Ding heute noch... Oh, ich hasse euch so sehr. Wisst ihr das? Also dich, 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 dich. Ist doch noch einer gewesen. Dich. Ihr fahrt da rein. Es sind dann drei, sechs. Im Teleporter sind schon fünf. Geht genau auf. Kommt. Oh, komm. Fahrt. Fahrt zu. Fahr halt zu. Es ist doch echt der Wahnsinn. Krieg ist die Hölle, ja. Die Wegfindung ist viel schlimmer. Schick die Dinger los. Bau neue Einheiten. Noch viel, viel mehr. Eins. Kräfte unten an. Vier und Fünf fliegt man hier rüber. Noch weiter rüber. Hier. Nein. Moment. Auch ohne Minicud ist das schon scheiße. Ah ja. Ihr macht das schon. Ihr wisst schon, was er tut. Moment. Was erzähle ich denn da für ein Blödsinn? Fahren die auch noch so von alleine zur Reparatur? So von zu alleine. Ja. Genau. Äh, sieht so aus, ja. Äh, ihr braucht noch einen Moment, bis er ankommt. Sieht so aus, ja, doch. Oh, Gott. Was? Zur... Nein, nicht da landen! Seid ihr des Wahnsinns? Macht ihr auch ein bisschen schade oder so? Na ja, gut. Und euch, na ja. Euch werde ich dann verlieren, ne? Boah, wahrscheinlich. Boah, ich stehe da halt nicht unten dumm rum, sondern schießt mal zurück. Komm. Wie soll ich da alle daneben schießen, so ganz ohne Commander? So, das muss ich euch alle wieder zuweisen. Sonst wird das nix. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Ach, komm. Oh, Gott. Produktion abgeschlossen. Hört's, wieso steht da oben noch ein Panzer? Stehe ich das jetzt irgendwie nicht? Also, fünf. Oh, komm. Oh, scheiß'n Dreck. Puh, hab ich das gewinn? Oh, noch fast acht Minuten zum Durchhalten. Ja, geil. Und keine Commander. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Geht in euch, sammelt euch. Oh. Neun Einheiten kommen an und werden gleich wieder in die Luft gesprengt. Wie geil ist das denn, bitteschön? Macht ihr auch mal was? Puh. Sieht schlecht aus für mich. Ja, toll. Oh, du bleibst wieder da unten stehen, wa? Das ist ja auch verdannst toll schlau, wa? Arschloch. Oh, komm, ey. Egal, wir haben's gleich geschafft. Nur noch sieben Minuten, knapp. Naja, 645, genau, genau. Sprich, haben wir mal da irgendwo nochmal. Sicherheitshalber. Meine Cyborgs kommen an und werden gleich in Stücke geschossen. Ja, wie geil. Alles töten, kommt. Vernichtet sie. Kommt da unten was? Noch nicht. Noch nicht. Äh, komm her. Hopp, ihr die Luft jagen. Alles töten müsst ihr. Kommt da unten was? Ah, noch mehr Einser. Jawoll, genau. Mir geht bald die Energie aus, glaub ich, ne? Ja, doch. So langsam. Und wird's kritisch. Wieso seid ihr nicht eins zugewiesen? Was soll denn das? Und was war das? Luftangriff. Geil Hier ist halt eigentlich Nutzlos, habe ich das Gefühl Moment, das nächste Greifen sie doch von unten an Glaub schon Oh Gott Ja, da habe ich auf breiter Front Mal eine Luftverteidigung aufgebaut Primär aus Luft bestehend Und sonstige Und Atomwaffen Bestehend aus Atomen Ach, komm, ihr dummer Arschlöcher Oh, ohne Minikarte ist das so scheiße Einfach nur scheiße Kannst du nicht anders sagen, das ist einfach nur scheiße Und da kommen sie schon wieder Yeeey Und ich fahre voll rein Yeah, geil Oh komm, greif es halt mal gescheit an Ja, ja Ne, das wird glaube ich dieses Jahr nix, ne Oh, warum stehen die alle noch da oben rum? Oh Gott Ja, fick dich Ja, sie können mich wieder problemlos mit allem, aus allen Richtungen treffen Aber ich sie nicht, ne, na klar Oh, ich muss auch viereinhalb Minuten durchhalten Komm, das schaffen wir noch Die landen da jetzt natürlich gleich automatisch, ne Komm, knack die Dinger mal Knacken Damit meine ich in die Luft sprengen, ihr Vollpfosten Geil, 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 geil Richtig, 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 geil, ich hab zwei mitgenommen Warum hab ich zwei mitgenommen? Ich benutze die doch nie Bin ich blöd? Jetzt frag ich das schon bitte Ich sollte so langsam mal die Antwort kennen, ne Ja, verdammt, ich bin blöd Aber sowas von, das klappt mal gar nicht Egal, wir haben noch Ressourcen, wir können noch was verfeuern Ja Ist ja nicht wie im zweiten Weltkrieg, wo uns dann irgendwie die Ressourcen ausgehen und wir gestorben sind Na Wir haben ja genug von allem noch Oh, jetzt nicht mehr Hab ich überhaupt noch Ölquellen? Vier Stück? Achso, da ist eine Da 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 oben und dann ganz drüben Muss sie nie angreifen Wo ich aber Verteilungsdinger gebaut hab, aber sie greifen noch nie an Solche Arschgeigen So Vier und Fünf fliegt jetzt nochmal an Griff Oder was? Griff Einbildung ist auch ne Bildung Konflikt schneller, ja, ja, ich weiß, ich hab die Einheitengrenze erreicht, ich kann nicht mehr bauen, ihr seid alles Arschlöcher, ja, ihr mich auch Ja Total nutzlos, aber Oh, der hat ein Panzer gekillt Yeah, er klatscht in die Hände Oh, der Transporter ist nochmal da Da kann ich noch was einladen, du Was laden wir denn noch ein? So große Auswahl hab ich jetzt auch nicht mehr, ne? Eins, zwei, drei Vier Fünf, sechs Äh Sieben Acht Neun Zehn Oder hab ich noch irgendeinen guten vergessen, du? Woher soll ich jetzt noch gute Einheiten haben? Ha! Die hab ich ja schon alle zerhackt Hackstückeln lassen Mal krumm Ah ja, die Pfff Mir ist so scheißegal jetzt Ich hab eh gleich gewonnen Aber sowas von Oh Gott Los, 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 los Und tschüss Ja, speichern Ich speichern wir mal hier so tatsächlich noch Oh, komm Komm, komm, komm Oh Gott Obwohl ist ziemlich egal, wenn sie jetzt noch irgendwas kaputt machen Ich mein... Pff Pff Wayne Pff Mir wird's scheißegal, komm 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 da noch mal irgendwie wegen so nahe Tut's so, als ob ihr irgendwelchen Schaden machen könnt Ja, schön, dass du da blinkst, aber es bringt mir halt nichts Pff Soll es das sein, oder hab ich irgendwas falsch gemacht? Ich hab was falsch gemacht, stimmt's? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so sein soll, ich mein... Soll man da wirklich nur so wenig evakuieren können? Soll man da wirklich nur so wenig evakuieren können? Soll man da wirklich nur so wenig evakuieren können? Also ich weiß ja... Das wirkt nur wegen wenig Soll das nicht mehr sein, irgendwie? Soll das nicht mehr sein, irgendwie? Soll das nicht mehr sein, irgendwie? Ich mein... Ich mein... Der Großteil meiner Einheiten wird jetzt zerhackstücken Gut, die sind alle nicht befördert Die sind halt wirklich gar befördert denn dabei, ne? Fällt echt nass Wie scheiße ist das denn? Haha, geil! Der kommt über Leben an, nö Bischen Kanonenfutter Ja, muss was sein Produktion abgeschlossen Produktion abgeschlossen Ja, gut, dann ist da... Oh, oh! Egal, jetzt ist eh Ende Noch vier Sekunden, ich hab gewonnen Zwei, eins, Ende